Guck mal, der Herr Merz, der hat böse Sachen gesagt und bei Maischberger ist man dann auch darauf eingegangen. Da war der Herr Bosbach zu Gast und der Herr, muss ich nachgucken, Philipp Thürmer von den Jusos. Und naja, da ist natürlich mal wieder ganz Schlimmes passiert und der Herr Bosbach ist ein ganz, ganz böser Mensch. Und warum das so ist, ja, das gucken wir uns jetzt mal an. Bitte, Karl Friedrich. Das sind nicht Sie, wenn Sie aus dem Urlaub zurückkommen. Sie fahren da einfach durch. Aber diejenigen, die mit irgendwelchen komischen Autos da langfahren, mit irgendwelchen komischen Figuren drin, die werden eben auf die Seitenspur geholt und mal kontrolliert. Also die sehen dann halt nicht so aus. Ne, warte. Hier so. Komische Figuren mit komischen Autos. Die sind's nicht. Die sind's nicht. Und genau diese Kontrollen, die brauchen wir in Deutschland, an den deutschen Grenzen, damit wir dieses Problem irgendwann einmal sauber in den Griff bekommen. Und zwar sauber. Ich finde, dass man sich darüber unterhält, ist schon albern. Also langsam müsste man doch nach Jahrzehnten, müsste man doch irgendwo mal merken, da klappt was nicht. Aber okay, man kann ja, ne, also wie gesagt, ich bin ja auch, eigentlich, ich bin ein bisschen konservativ, ich bin ein bisschen progressiv, ne, aber so die Vernunft und die Beobachtungsgabe müsste einem ja irgendwo irgendwann mal sagen, da ist was falsch gelaufen. Aber okay, machen wir weiter. Was sind komische Autos und komische Figuren? Noch mal. Das sind komische Autos mit komischen Figuren. Aber lassen wir Herrn Bosbach erst mal. Das kann ich genau sagen. Die Bundespolizei, die würde ich auch mal hier nicht als Deppen darstellen, auch nicht in der Sendung. Hab ich nicht getan. Nein, haben Sie nicht getan, nur in dem Raster, nachdem die Bundespolizei arbeitet, kommt der Begriff komische Autos nicht vor. Sondern es sind... Doch, die offizielle Dienstanweisung geht raus und sagt, Leute, heute beobachtet mal bitte ganz speziell die komischen Autos. Mit den komischen Leuten drin. Großraumfahrzeuge, es sind SUVs. Und wir sind ja auch, glaube ich, 70, 80 Schlepper festgenommen worden. Oh, ihm tut das richtig weh, ne? Ihm tut das so weh, der arme Kerl. ... zu genauen Grenzkontrollen. Also die Bundespolizei arbeitet nach einem bestimmten Raster. Und ich kann nur dringend dazu raten... Und komische Figuren? Entschuldige, wie passt das Raster zu den komischen Figuren? Nein, wenn man der Blick in den Wagen zeigt, es dürften Personen sein, die aus visumpflichtigen Ländern kommen. Die also nicht unter die europäische Freizügigkeit fallen. Wie erkennt man die? Bitte? Wie erkennt man die? Oh, wie erkennt man die? Da hat die Frau Maischberger jetzt die große Falle gestellt. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, die Frau Maischberger ist eher auf der Seite der Vernunft. Das merkt man auch gleich an ihrem Gesichtsausdruck. Ja, in der Regel am Aussehen oder am Nummernschild. Oh, guck mal. Von dem Wagen. Habt ihr gehört? Ja, Philipp. Am Aussehen erkennst du. Das ist das, was dich dazu befähigt, zu entscheiden, die Straßenseite zu wechseln, wenn du bestimmte Leute abends dir entgegenkommen siehst. Ich glaube, Philipp ist definitiv ein Straßenseitenwechsler. Auf jeden Fall. Aber es ist einfach so schlimm. Es ist einfach schlimm. Aussehen auch. Binne? Am Aussehen auch. Ja, der Isländer kommt selten nach Deutschland, um einen Asylantrag zu stellen. Schon klar. Man muss sich mal klar machen, es gibt leider Gottes Unterschiede. Was heißt leider Gottes? Eigentlich ist die Erde ja so oder die Welt ja so interessant, weil es viele verschiedene Menschen gibt. Man darf das auch gar nicht verschweigen oder soll es nicht. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, diese Familie hier, wenn man sie so nennen will, sieht jetzt schon ein wenig anders aus. Ich sage es wirklich vorsichtig. Ein wenig anders aus als diese Familie. Wenn die also nach Dänemark sich auf den Weg machen oder Italien und dann hinterher wieder zurückkommen, fröhlich, erholt, dann sieht das halt oder kann das schon mal so aussehen. Es sei denn, ihr habt eine 8-Stunden-Fahrt hinter sich, dann sieht das wahrscheinlich auch ein bisschen anders aus. Aber ich weiß, ich bin ganz, ganz böse und ich bin ein ganz, ganz schlimmer Mensch, aber ich sehe da schon einen Unterschied. Es sei denn, er kommt vorbei. Dann bitte einfach durchlassen. Der will nichts Böses, der will nur spielen. Herr Bosbach, komm, weiter. Frau Marschmeier, wir können das jetzt alles karikieren. Ich will das nicht karikieren. Entschuldigung, Frau Göring-Eckardt. Was er meint. Philipp wird gerade richtig übel. Racial Profiling. Vor wenigen Stunden gesagt, das erinnert sich an die DDR-Grenze. Jetzt wird unsere Bundespolizei verglichen mit den Grenztruppen der DDR. Ich habe eigentlich gar nicht nach Göring-Eckardt gefragt. Die Bundespolizei hat doch Erfahrungswerte. Das trifft vor allen Dingen Fahrzeuge und Fahrer. Und die winkt man dann raus auf einen Seitenstreifen. Ich bin während der Fußball-EM zweimal in Österreich gewesen, einmal in der Schweiz, sechsmal Kontrolle, überhaupt kein Problem. Und die Bundespolizei weiß schon, wen sie rauswinkt. Mal hat sie einen Treffer und mal nicht. Ja, und dafür muss sie sich dann entschuldigen. Ich weiß ja nicht, wie der Philipp sich das vorstellt. Ob da vielleicht auch mal ein paar Leute ankommen mit Turban und AK-47. Hallo, wir kommen gerade aus dem Urlaub. Ja, alles klar. Wo kommen Sie denn? Ist doch auch egal. Fahren Sie mal durch. Das ist natürlich übertrieben. Das ist natürlich klar. Aber es gibt schon bestimmte Unterschiede. Auch beim Äußerlichen. Auch im Sprachlichen. Und es gibt nun mal eben auch Leute, die besonders auffällig sind. Oder Bevölkerungsgruppen, die besonders auffällig sind. Und wenn die dann auch noch vollgepackt mit so einem SUV oder einem Lieferwagen da angejuckelt kommen. Zugegeben, Lieferwagen kannst du nicht immer reingucken. Da musst du dann halt schon mal. Irgendwann werden die Schlepper auch auf die Idee kommen. Ja, weiß ich nicht. Jetzt nicht unbedingt mit dem 3er BMW. Aber weiß ich nicht. Dann werden sie halt den Thorsten anheuern, der das dann für die macht. Mit rotem Haar und ohne Bart. Dann fällt das auch nicht mehr so auf. Aber komm weiter. Herr Thürmer, wie klingt das bei Ihnen in den Ohren? Das klingt für mich nach Racial Profiling. Ja. Das ist nun mal, also wenn, sagen wir mal, so und so viele Schlepperbanden aus den und den Bereichen kommen, dann muss man das schon mal Racial Profilen. Das ist nun mal so. Wenn Downtown New York oder Downtown Columbus 95% der bestimmten Taten begangen werden von bestimmten Menschen, dann werden halt auch häufiger bestimmte Menschen kontrolliert. Das ist nun mal so und das ist auch richtig, denn es ist logisch und auf Statistik basierend. Und damit, ich kann ja jetzt natürlich hingehen und kann einfach sagen, pass mal auf, wir müssen den Wagen da jetzt kontrollieren. Dann, siehst du ja, siehst du ja, pass mal auf, danach bitte zehn Blonde rauswinken. Also, aber dieses künstliche Aufregen über Racial Profiling, so dumm kann der gar nicht sein. Ja, viele in diesen Parteien, ja Ampelpartei, Grünen, Links, was weiß ich, die sind ja nicht so dumm. Die müssen bloß ihrer Ideologie folgen, weil ihnen doch sonst die Wähler wegrennen. Tun sie sowieso, merkt man ja. Aber naja, gut, das ist halt das Schauspiel, was die uns da jetzt vorführen müssen. Der Herr Bosbach. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Friedrich Merz in seiner Limousine, oder hat ja auch ein Privatjet, wenn er über die Grenze fliegt. Ja, bezahlt auch viele Steuern, wenn er über die Grenze fliegt. Neidisch? Ja, neidisch? Ich bin dafür, dass Manager viel zu viel verdienen und sich viel zu viel ausschütten lassen. Siehe, VW habe ich gerade mit meinem Kumpel Dottore Domus drüber gesprochen. Dass man da also schon vernünftiger walten und schalten sollte. Aber zeig doch dein Neid einfach nicht so, dass der Karl Friedrich dann sein Privatjet hat. Den haben ja einige. Also ich jetzt nicht, aber... Hat er gar nicht. Apropos, also wer möchte, kann mir gerne ein Abo. Ein Abo, ein Abi. Abi habe ich schon. Nicht besonders gut, aber ich habe eins. Aber ein Abo darf man gerne da lassen. Und Frau auch. Ich bin verheiratet, deswegen sage ich nicht Frauen ganz besonders. Schatz? Aber naja, okay, weiter. Zu befürchten. Denk davon, nicht betroffen zu sein. Ja. Ja, der Karl Friedrich, wenn der da mit seinem, ich weiß ja nicht, was der für ein Auto fährt, weiß ich nicht. VW Käfer, über die Grenze fährt, von der Schweiz zurück, wo er sein Geld gebunkert hat, ist das auch egal. Ich halte diesen ganzen Neidscheiß. Mir ist das egal, wo der vorher gearbeitet hat. Wenn der einen guten Job macht, gute Ideen hat als Politiker, dann soll er das bitte machen. Und auch Herrn Bosbach, viele Grüße, falls Sie das sehen. Ich finde sie gut. Und auch viele Grüße an Anton Hofreiter und sein Buam. Okay, also Racial Profiling, ganz, ganz schlimm. Bosbach, ganz, ganz schlimm. Und der arme Philipp, der Straßenseiten-Wechsler, der tut mir auch ganz, ganz leid. Naja, dann profilt mal weiter. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.